Die Gemeinde Steinigt-Wolmsdorf richtet sich mit einem Fragebogen an ihre Einwohner. Darin geht es um die Zukunft des Freibades Wassermeld. Dazu Bürgermeisterin der Gemeinde Katrin Gessl. Der Gemeinderat ist natürlich auch da sehr stark daran interessiert, dass unser Freibad so schön erhalten bleibt, wie Sie das heute hier sehen. Und um die Attraktivität des Freibades natürlich zu erhöhen oder auch zu prüfen, was wir noch machen können, wurde in einen Fragebogen entwickelt, der ausliegt, um von unseren Gästen in Erfahrung zu bringen, was sie sich wünschen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden, was wir noch verändern könnten. Konkret werden Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge gesammelt. Diese sollen dann in die Weiterentwicklung des Freibades einfließen. Und das wird jetzt monatlich, nach Ende des Monats, wird da diese Erhebung oder dieser Fragebogen ausgewertet. Der Fragebogen sowie weitere Informationen sind unter steinig-wurmsdorf.de abrufbar.